Hey! Bro! Lass uns doch erstmal atmen, Digga! Oh mein Gott, er zieht Guerrero Centurion! Digga, erster Pick er zieht Centurion Geroro! Ey, ich hab nicht mal hingeguckt! Ach, du Scheiße! Meine strengke Sarke... Ach, jetzt mal... Ey, guck mal was das Ding ist, Bro! Deine ganzen restlichen Rewards können alle Scheiße sein! Digga, dein Scheiß-Geriro hat komplett alles gecarried, ne? Also scheißegal, was du jetzt auch nachträglich bekommst! Come on! Ui! Kimmisch! Stark! Sind gute Picks, sag ich nicht, wie es ist! 89 Guerrero, Futter, Futter! I like that! Was ist das für ein Pack? 100k? Spanien, ZM, Puteas, bitte! Irene Paredes! Ja! Oder Mapillion! Mapillion! Irene Paredes! Ey, aber ich kenn mich mittlerweile aus, Check, ne? Hey, warte, wer kommt denn ins Mini-Release rein heute? Wer ist das? Haarland? Bitte Sturm! Nein, 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 das ist Haarland! Helga Berger, Helga Berger, Helga Berger, ich wusste es! Oh! Man darf sich nicht hypen für Haarland! Man darf sich nicht hypen für Haarland! Letztes Pack-Chat! Ui! Spanien! Mapillion, dies war's eigentlich! Ne, ich sag, Irene Paredes wieder! Irene Paredes! Mapillion! Und Karim Benzema! Benzema! Spaß, Spaß, ey! Ey, Spaß! Benzema! Und, äh, was bin ich auch ein gutes Pack, Digga, bin ich ehrlich! Okay, er hat WL-Rewards, Bro! Wir haben Weekend-League-Rewards, ich weiß nicht, wie viele Siege er hat, ich glaube, 14! Auf jeden Fall dreimal 84-Plus-Picks, Digga! Gestern waren die Rewards, Bruder, wo denn los, ne? Ach, du Scheiße! Mein Jan! Okay! Bruder, nein, nein! Nein, 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 nein! Lange nicht so arsch-Rewards gesehen, ne? Wie dieses Wochenende! Wir hatten... Wer war der Beste? Wir haben so viele... Oh, Hakimi ist okay! Wir haben so viele Packs aber geöffnet! Geh rein! Spanien! ZM! Padeo! Vielleicht Doppel-Walkout? Kein Doppel-Walkout! Ach, du Scheiße! Boah, Kimmich und Rüdiger! Rüdiger kann man spielen, aber... Ist okay, ja, pfff! Er droppt und dann brauchst du eh Rating irgendwann, plus er hat sowieso ja gute EVs! Son! Oh, und Rolfo! Let's go! Okay, letzter Spieler! Ah, naja, an dem Kirby oder so, Digga! Oder an dem H da Mitte, einfach scheiß auf! Eins in den Chat an alle, sich erinnern, dass es schon mal so war! Dass 8 Uhr random Content kam! Boah, ich kann mich auch daran erinnern! Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir schon mal random 18 Uhr Content hatten! Und es war safe an dem Tag! Und Zeitumstellung! Boah, Piaz plus Goldpick! Wer ist das? Belgien, Sturm! Ah! Ja, boah, Asscheeks hangin' out, Digga! Okay, gut für'n! Serbien, TM mit dem Kovic Savic! Doppel-Walkout! Doppel-Walkout! Ja! Ja! Ach, Digga! Ach, Bruder! Ah, who wants it, Bro? Who wants it, Bro? Wir haben dann zwei Weekend League Rerods! Ich geh ganz kurz mit was zu trinken holen! Und danach machen wir die auf! Wow, Bruder! Ey, die Picks sind... Ich hab' gar keinen Bock, meine Welt zu Ende zu spielen! Was ist das für Picks, Bro? Nein, 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 nein! Zweimal nur 84er! Das waren seine... Das waren seine Rang-2 Weekend League Picks, ne? Diese Weekend League Picks... Wir haben ja ein paar aufgemacht, die waren alle scheiße, ne? Deutschland, ZDM, Kimmich oder Lena? Es ist Lena, Doppel-Walkout vielleicht? Ach, du Scheiße! Lena, Lena... 5x4 ist, glaub' ich, besser, 6x2, deswegen geh' ich erstmal hier rein! Doppel-Walkout! Kobel, 87, okay! Der andere ist zu 100% Bernardo Silva! Sag' ich, wie ich hier sitze! 100% Bernardo! Oh, Kimmich! Das sind so respektlose Rewards, ne? 85x4! Ich geh' rein! Modric! W-Walkout! Das hat sich gar nicht gelohnt! Sorry, mein Bester! Eigentlich sind W-Walkout stark, aber das hat sich nicht gelohnt! Das war offiziell die schlechtesten W-Walkout, glaub' ich, immer zu meinem ganzen Leben! Okay, wie geh' ich rein-chatten, ne? Supreme! Ich weiß nicht, was das für ein Pack ist, Digga! Supreme! 1... Ne, 11%-Wahrscheinlichkeit auf einen Centurion! Das bedeutet, sehr wahrscheinlich, ich zieh' absolut keinen! Zack! Bitte! Nein, nein, Arsch! Du, nicht groß! Bitte Doppel-Walkout! Bitte! Ja! Guck mal, es könnte doch Mbappé kommen! Mbappé kann kommen! Und der Mann geht einfach mit Coins rein, ne? Er hat auf der Uhr-Chat 300k, das seht ihr dort, 303.000 hat er! Er hat genau 300k! Bruder, nein, Bruch! Eiken! Heizbaul! Heizbaul! Eiken! Eiken! Nein, GG's! 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 Der Mann hat Klöten! Er hat Klöten! Er hat Klöten! So Dinger hat er! So Dinger! So Dinger, mit 300k da reinzugehen, Bruder! Warte! Warte! Boah, LARM! 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 NORMALER EIKIN! IKIN! 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 CENTURION! IST GUT, BROO! LARM! Auf ZDM oder AV ist ein guter EIKIN, Bruder! Kann man spielen! Und Donnarumma und Cancillo! Boah, GG's ist... GG's! GG's hätte auch müde sein können! Er hätte auch Arsch sein, Bruder! 400k! 400k, 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 GG's! Donnarumma, Cancillo und LARM, der er spielen kann! Bro, guck mal, heute? Heute? Ja, heute? Was ist das? Oh, kein Centurion, Frankreich, Stürmer, MAP! Dembélé, Dembélé, GG's! Ja, Untrade Dembélé ist nice! Ist nice! Ja, danke für den Prime-Sub, Bro! Aber nicht mal Doppel-Walkout, ne? Hier rein! Spanien, ZM, ist eh nicht Boteas! Ist Padajo! Und nicht mal Doppel-Walkout! Ich wollte euch immer sagen, Digga, macht's nicht! Macht's nicht! Macht's nicht! Oh Mann, kauf ihn doch jetzt endlich! Oh, Iridiparides! We take this! Äh, Erbs, Digga, Erbs kann weg! Ancelo, Bruder, EA hat was gemacht! Bro, wir hatten nicht einmal irgendwas Krasses, außer einmal! Wir hatten einmal, wie heißt das, Digga? Wir hatten einmal, äh, Geiroro, Centurion! Sonst war alles Arsch! Äh, when you... Für mach ich mal zwei Pack! Spanien! Enough is enough! Oh, ist kein Doppel, sag ich! Kein Doppel, kein Doppel! Oh, Rott raus! Für mach ich mal zwei, Digga! La, la, la! 2, 8, 5 drunter brauche ich! Und... Andres, Digga, let's go! Direkt 1, Ceturion im ersten Pick! Da macht's schnell! Cancelo? Okay. Cancelo, Andres? Also wenigstens 1, Ceturion? Okay, nein, nein, nein. Oh, morgen! Für erstmal drei ist gut, eigentlich! Frankreich! Theo! Oh, Theo ist gut, aber kein Workout! Ich glaube, Theo ist besser trotzdem! Tschüssi! 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 Tschüssi!